Grüß Euch! Herzlich Willkommen zum siebten Teil, wo es um den Umbau so einer C&C WBQ geht. Wie man sieht, wollen wir uns heute ein bisschen den Fräskopf vornehmen. Und zwar, weil ich euch zeigen, wie ich eben diesen Original Fräskopf umgebaut habe. Warum ein Strollfräskopf, den ihr von meinen anderen Umbauten kennt, bei so einer Maschine keinen Sinn macht. Und wir wollen das Ganze ein bisschen mit einer FEM Simulation und der Fusion simulieren. Und zwar möchte ich euch zeigen, was da möglich ist. Und so wie immer, noch ein Intro geht es los! Und so wie immer, noch ein bisschen mit einer FEM Simulation und die FEM Simulation. Und so wie immer, noch ein bisschen mit einer FEM Simulation und die FEM Simulation. Und so wie immer, noch ein bisschen mit einer Fem Simulation und die FEM Simulation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beim letzten Video bin ich euch noch ein Zusammenbau-Video schuldig. Wie ihr wisst, wir haben den Tisch eben umgebaut auf Fest- und Loslager und eben zusätzlich haben wir die Original Hybin Kugel um das Spindel, die war es bei WECO verbaut, getauscht gegen den Kaispindel. Also wie man sieht, das Ganze passt eins zu eins. Das kann man wirklich leicht selber tauschen. Direkt antrieb, das habe ich eben eh schon gesagt, dass ich nicht so ein Fan von diesen Riemen bin. Und wie man sieht, das Ganze läuft eben wirklich butterwach. Dann bin ich auch gefragt worden, wie diese Takaispindel zu mir kommen, weil ich bestelle die nämlich direkt aus China. Also das Ganze ist schön verbockt, konserviert, also das ist in einer Folie schön verschwarzt. Und ich habe eigentlich mit diesen Lieferungen noch nie Probleme gehabt. Das dauert so in der Regel ungefähr zwei bis drei Wochen, dann habe ich sie. Die Säule, das wisst ihr eh, die habe ich ebenfalls verstärkt. Also da ist eben der Aufbau zusätzlich mit einer massiven Alugussploten vollflächig verstärkt worden. Und zusätzlich der untere Bereich bis fast bis zum oberen Lager von der Z-Achse mit einer Stahlploten, die ich nachher eben zuerst geschliffen habe. Dann ist sie mir eben geschwarzt worden und lackiert worden. Und dann habe ich das Ganze zusammengebaut. Ja, und dann habe ich mich mit meinem Mitarbeiter eben beraten, wie wir jetzt weiter tun. Und es ist uns ja vom WKR Tauschkopf zur Verfügung gestellt worden. Und während dem Warten haben wir das Ganze eben, oder die ganze Konstruktion eben mit einer FEM-Simulation einmal getestet. Also wie man sieht, das Ganze habe ich unten eingespannt, dass es unverrückbar ist. Und ich war nie ein Fan von diesen Servomotoren, die was diese Umbaufirma, also das ist nicht original Vaveco, sondern von einer deutschen Firma, die was ich auf Umbauten von so Hobbyfräsmaschinen spezialisiert hat. Und die hat eben an allen Achsen 400 Watt Delta-Servos verbaut. Und was diese Delta-Servos mit der Konstruktion machen, das habe ich eben simuliert. Dann habe ich mir die schwächste Achse eben ausgesucht. Da bin ich hergegangen, habe noch einmal zusätzlich das FG vom Motor berücksichtigt, also die Gewichtskraft sowie das Drehmoment, was der original 2,2 kW Motor aufbringt. Und dann habe ich eben die korrekte Simulation gestartet. Und wie man sieht, diese Servomotoren, die was da verbaut sind, in Kombination mit diesem starken Antriebsmotor, ist quasi für die Konstruktion nicht ganz optimal. Also man hat da sehr starke Kräfte, besonders eben in Verbindung mit der 1605 Kugelumnausspinel. Da hat man eben eine geringe Steigung von den Gewindern. Und da sieht man eh, was man da für eine Verformung zusammenkriegt. Ja, und nach dem ganzen Durchlauf bin ich noch an Hergegangen und habe mir nachher überlegt, wie ich diesen Tauschkopf vom Aveco so weit verstärkt, dass man trotzdem eben noch diese 400 Watt Servos verwenden kann, aber eben nicht Angst haben muss, dass wenn man nach einem Land Crash fährt, dass man nachher die ganze Maschine hinmacht. Das Ganze ist nachher auf meiner Emco Maximat aufgespannt worden. Also da sieht man, dass man da wirklich sehr sparsam mit dem Materialabdruck sein muss, weil man hat nur ein bisschen über 3 mm Wandstärke an der spächsten Stelle. Und dann habe ich auch mal den Fräskopf so gut es geht im Plan gefräst, damit ich da meine Verstärkungsplatten montieren kann. Das Ganze ist eben auf meiner Emco Maximat gemacht worden. Das ist so eine Dreh-Fräskombination, das kennen Sie eh schon aus meinen anderen Videos. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und nach dem Planfräsen hat man da auch schön die Bereiche gesehen, die wo es eben leider nicht so optimal sind. Das ist eben, jetzt links sieht man schön die Bereiche. Ja, dann habe ich eben die Senkungen gemacht für die Gewinde. Ich habe das Ganze nachher eben, so gut es geht, noch sauber gefräst, dass man da eben überall eine schöne Auflagefläche hat. Das ist jetzt auch 80-Meserkopf. Und dann habe ich eben in die Gewinnebohrungen, was ich da gesetzt habe, zusätzlich noch eine V-Coil reingeklebt, damit man da eben auch eine schöne Gewinne hat, die was auch was aushalten, weil in einem Aluminiumgusskopf hält das eben nicht so gescheit. Die Verstärkungsploten habe ich wieder mit der Portalfräsen gemacht und dann später noch einmal zusätzlich alles überfräst. Zusätzlich ist der hintere Hohlraum mit Diamant ausgegossen worden und dann bin ich herrungen und habe den ganzen Kopf noch einmal Ultraschall geprüft, damit ich auch wirklich sicher bin, dass ich da nicht irgendeine Hohlräume beim Ausgießen übersehen habe. Ja, weiter ist es noch angegangen mit der Z-Ploten, weil die Originale, die habe ich eben leider nicht mehr retten können. Das Modell, das finde ich jetzt hier auf meinem Patreon-Account, wenn ihr das nachbauen wollt. Dann habe ich eben wieder mit der Portalfräsen diese Z-Plote ausgefräst. Da sieht man eben die Pläne. Also wie gesagt, viele Pläne für meine Umbauten, die gibt es auf meinem Patreon-Account. Dann habe ich eben alles ausgefräst, dann die Gewinde gefertigt. Das mache ich immer gern mit meiner kleinen Tischsparmaschine. Und das ist eben noch an der Klotz, wo die Aufnahme reinkommt für die Kugelumlaufspindel. Das geht eben mit der Portalfräsen-Hatz-Fatz. Also das ist eben die CNC-Umbau-Portalfräsen, was ich selber gemacht habe. Die kennen Sie eben eh schon aus den anderen Videos. Und da verwende ich zum Beispiel einen günstigen China-Einschneider. Das Ganze ist so konstruiert, dass ich auch eine 2,2 kW Fräschspindel machen kann. Mit diesem Zwischenstück. Das ist eben die Befestigungsploten für die Fräschspindel nachher. Die werden einfach auf die Z-Ploten aufgeschraubt. So dass ich mit der Waweco eben auch so eine 2,2 kW Chinaspindel verwenden kann. Ja, dann habe ich das Ganze zusammengebaut. Und eben ausgerichtet. Also da rechts sieht man die Original-Waveco-Spindel. Unten kommt noch zusätzlich noch einmal ein Aluplot rauf. Die wird quasi diese ganze Konstruktion zusätzlich noch einmal verstärkt. Neben den seitlichen Plotten. Und da sieht man eben den neuen Antriebsmotor. Also der 2,2 kW Motor kommt weg. Und stattdessen kommt jetzt ein moderner Servomot rauf. Ich bin auch gefragt worden, warum ich mir die ganze Arbeit mit diesem Original-Fräskopf anteue. Ich könnte ja einfach so einen Stahlkopf befestigen. Wie zum Beispiel da bei meiner Emco Maximat. Beziehungsweise ihr kennt den Stahlkopf eben auch von meinen anderen Umbauten. Die Version, die ich da habe, die hat eben diese China-SK30-Spindel. Und den Rest habe ich selber gemacht. Und das ist eben eine massive Stahlkonstruktion aus C45. Und das ist eben auch das Problem. Also man sieht da eben, dass der im Vordernbereich sehr schwer ist. Also sehr ein hohes Gewicht hat. Der wird quasi die ganzen Kräfte und die ganzen Drehmomente von dieser Konstruktion eins zu eins auf die Frässäule übertragen. Und deshalb ist der für die Vaveco absolut nicht geeignet. Und deshalb finde ich halt, aber ich kann das dann noch testen und das habe ich auch vor. Aber ich glaube trotzdem, dass eben der Original-Vaveco-Fräskopf mit den zusätzlichen Verstärkungen mit die ausgegossenen Bereiche für den Zweck einfach besser ist. Ja, und das war es schon wieder für das Video. Viele, wenn sich fragen, was ist eigentlich mit der C&C-Drehmaschine, was ich selber baue, das ist der Grund, dass ich schaue, dass die Vaveco so schnell wie möglich fertig wird, weil ich eben den Platz brauche, um mit der Drehmaschine vernünftig weiterzumachen. Das heißt, es wird jetzt noch ein paar Videos geben zu Vaveco und dann haben wir mal ratzfatz die Drehmaschine fertig machen. Also ich bin selber schon heiß und ich warte schon drauf, dass ich mit der eben die ersten Teile mache. So wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Pläne zu meinen Umbauten, so wie immer, gibt es auf meinem Patreon-Account. Ansonsten C&C-Umbau ist auch auf Facebook. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ihr würdet mich auch über Like freuen. Natürlich, wenn euch der Kanal gefolgt, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!